Solch private Fotos der britischen Royals sieht man nur selten. Prinzessin Eugenie von York ist derzeit mit Ehemann Jack Brooksbank, ihren zwei Söhnen und Freunden im Jamaika-Urlaub. Nun tauchen wunderschöne Familienfotos der Royals auf, die der gemeinsame Freund Brandon Farless bei Instagram teilt. Darauf zu sehen, eine glücklich strahlende Eugenie mit ihrem Sohn Ernest, der am 30. Mai 2023 das Licht der Welt erblickte. Neben ihren Freundinnen, die allesamt mit ihren Kids posieren, strahlt die 33-Jährige in die Kamera. Auf einem weiteren Bild sitzen Eugenie und ihr Ehemann, zusammen mit vier weiteren Paaren und deren Kindern auf den Stufen, die vom Haus zum Strand führen. Einer fällt besonders auf. Ihr zwei Jahre alter Sohn August steht vergnügt in der Mitte. Er trägt ein grünes T-Shirt. August sieht aus wie das Ebenbild von Prinz Harry in demselben Alter, Eugenies Cousin. Er hat ebenfalls rotes Haar und ein verschmitztes Grinsen. Orgie liebt es bereits, ein großer Bruder zu sein, verriet Eugenie kurz nach der Geburt von Ernest. Ihr Zweitgeborener ist das erste kündigliche Baby, das unter der Herrschaft von König Charles III. geboren wurde. Als Charles' Großneffe steht er nach seinem Bruder August an 13. Stelle der Thronfolge.